Der Kanzler ist Olaf Scholz und wir gehen mit ihm in den nächsten Wahlkampf. Da gibt es gar keine Frage, aber klar ist eben auch, in diesem Jahr, im Jahr 2024, haben wir große politische Aufgaben zu bewältigen. Ich bin mir sicher, der Kanzler wird sich zurückkämpfen und mein Anspruch als SPD-Vorsitzender ist, dass wir sehr klar machen in diesem Jahr, was die SPD alles will und wir Vertrauen zurückerkämpfen.